Hier haben wir den Butterfly. Der ist für eure Fußmuskulatur. Ihr habt wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten. Zum einen habt ihr hier auf beiden Seiten wieder rote Punkte. Diese sollen unterhalb der Schultern sein. Das bedeutet, ihr müsst gegebenenfalls die Lehne nochmal im Winkel verstellen. Und dann habt ihr hier nochmal Einstellmöglichkeiten für den Ausgangspunkt. Der wirklichen Arme hier oben. Die richtige Höhe ist eingestellt, wenn der Ellbogen hier in etwa am unteren Rand des Polzes das anliegt. Also nicht für so weit oben und auch nicht für unten rüber schaut. Und natürlich wird es umso schwieriger, destobald ihr den Ausgangspunkt hier nach hinten verstellt. Wenn ihr weiter vorkommt, könnt ihr das Ganze etwas leichter bewegen. Und dann fließt das Polster vor. Der Fuß bricht sich zusammen. Die Tris bricht sich zusammen. Die Tris bricht sich mit dem Dach. Die Tris bricht sich hin und nach unten auf nach unten auf. Die Tris bricht sich hin und nach unten auf. Das war's.